Hallo zusammen, begrüßt euch zur nächsten Programmvorschau. Heute am 21.04.2024. Es wird wieder ewig dauern, bis es auf den unterschiedlichen Kanälen hochgeladen ist. Ihr wisst ja, VK, Beatshoot, Odyssey, einmal getraillert bei Rumble, dreimal bei YouTube. Aus Zeitgründen, deswegen geht das Video jetzt auch recht lang wieder, mit Überlänge, habe ich aus zwei, zwei in eins gemacht, also einmal Jakobs Predigt und dann die anderen Randnotizen. Naja gut, was will man dazu noch sagen? Einfach anschauen, anhören, dann vielleicht bis gleich, macht's gut, tschüss.